Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal RamsderDicke und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Wir wollen heute nämlich live den Level 41 Aufstieg machen und eben habe ich noch einen kleinen Community Raid gemacht, den habe ich natürlich wieder angekündigt. Ihr seht wieder was dabei rausgekommen ist, 1966, 1996, 1988, 2011, 2010. Den großen haben wir uns natürlich wieder aufgehoben, den großen gucken wir uns jetzt an, da drücken wir jetzt gleich drauf. Vielleicht ist es ja ein Hunderter, wer weiß das schon, 21 Bälle haben wir auf jeden Fall und es ist ein 1988, also wieder mal schlecht. Aber ist ja nicht schlimm, wir haben gestern in der Raid Mania, wer das verpasst hat, ein wettergeboostetes Hunderter bekommen. Grüße gehen raus an Badilb, der mich eingeladen hat, in dessen Raid ich ein wettergeboostetes Hunderter bekommen habe. So, wir wollen das jetzt mal kurz fangen, dafür stelle ich euch mal hier ab. So, jetzt geht es nämlich darum, in der Raid Mania fliehe ich eigentlich immer und fange keinen Kyurem, weil ich von Raid zu Raid zu Raid zu Raid springe, weil ich ja ein Hunderter möchte. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, Bonbons zu sammeln und was viel wichtiger ist, XL Bonbons zu sammeln. Denn wenn ihr Kyurem fangt, kriegt ihr hier neben den normalen Bonbons vielleicht auch XL Bonbons und das ist auf jeden Fall wichtig, denn diese umzuwandeln ist extrem teuer, also gönnt euch die, indem ihr das fangt. Wenn ihr keins fangt, könnt ihr auch keine XL Bonbons bekommen, ja. Wenn ihr die ganze Zeit redet, könnt ihr auch nicht treffen, der kaspert nämlich rum wie sonst was. Da wäre eigentlich der Fangtrick angebracht, ihr seht, wie sehr der springt, wir warten jetzt also wirklich mal. Bis der angreift und werfen dann drauf, nicht dass der noch abhaut in dem Video, das wäre nicht so schön, denn bisher habe ich immer gesagt, weil Leute gesagt haben, Ramses, wieso fließt du denn, wieso fängst du die nicht? Ich habe gesagt, okay, wenn ich jetzt den Raid mache, toll, erster Ball drin, wenn ich den Raid mache, kriege ich, sagen wir mal, sechs Sonderbonbons, die ich ja in sechs Kyurem Bonbons umwandeln könnte. Wenn ich den fange, kriege ich drei normale Kyurem Bonbons, in der Zeit, wo ich den fange, hätte ich zwar drei Kyurem Bonbons mehr, könnte aber einen Raid weniger machen, wo ich sechs Sonderbonbons vielleicht kriege, sprich, immer wenn ich es fange, verzichte ich sozusagen auf drei Kyurem Bonbons. Wir haben das jetzt hier gefangen, wir haben natürlich kein XL Bonbon bekommen, wir können es trotzdem mal kurz bewerten, dritter, zwölfter Röhm Hill Thüringen, dass ihr das hier auch seht. Und vor allem auch das von gestern, wo ist es, unser wettergeboostetes Hunderter hier von Bed, 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 Bedilb, der eingeladen hat, Bewertung hier auch, 100% Wetter geboostet. Wir wollen jetzt mal die ganzen Forschungen, die es gibt, es sind ja mittlerweile drei Stück, also beziehungsweise es gibt hier diese Event-Quests zur Carlos-Feier, es gibt unten drunter die Pionier 40-Herausforderung und es gibt die Level-Quests. Wir wollen jetzt erstmal das hier abholen, Pionier 40-Herausforderung, die kriegt ihr nur, wenn ihr jetzt schon Level 40 seid, beziehungsweise hieß es ja, wer Ende des Jahres, wer es schafft bis zum Ende des Jahres Level 40 zu werden, kriegt diese besondere Medaille, den Garados-Hut aus der Spezialforschung und eben eine besondere Spezialforschung, in der es den Garados-Hut gibt. Ich verstehe nicht, wieso die das jetzt raushauen, wenn ja eigentlich noch Zeit ist bis Ende des Jahres, das heißt, wenn ihr am 31.12.Level 40 werdet, habt ihr es ja eigentlich geschafft, habt dann diese Quest und müsst sie in einem Tag lösen, weil wir haben jetzt den ganzen Monat Zeit. Das erschließt sich mir noch nicht, das müsste auf jeden Fall die sein, wo es den Garados-Hut gibt. Ihr könnt ja mal rein sch... Toll. Jetzt sind wir schon mal Kapitel 4 von 4, keine Ahnung, ist auch schon alles fertig. Ich weiß nicht, warum, was da überhaupt für Aufgaben standen. Wir haben hier noch ein wildes Capuno, das nehmen wir natürlich gerne mit, auch mit gelber Beere. Theoretisch kann das nicht fliehen, deswegen machen wir hier mal den Schnellfang-Trick. Dadurch, dass ich an meinem Finger hängen bleibe, wird es der langsamen Fang-Trick. Wir gucken hier rein, wir haben das Capuno gefangen. Eigentlich war der Bewerten-Button immer das Zweite von unten, ja. Jetzt ist es Tag und wir müssen noch eins drüber. Hat recht gute IV, hat auch drei Sterne, aber das geht natürlich noch besser. Wir wollen uns jetzt aber auch unseren Garados-Hut abholen. Und jeder normale Mensch, habe ich gesehen, hat seinen Garados-Hut schon aufgesetzt. Ich werde den einfach abholen, ich werde den nicht aufsetzen, weil so schön sieht er auch nicht aus. Haben wir einmal männlich, einmal weiblich bekommen. Und dann habt ihr noch eine Begegnung mit einem wilden Flapterix. Da können wir auch noch eine gelbe Beere draufschmeißen. Werden das auch hier mit dem Schnellfang-Trick. Mann, wenn man nicht jedes Mal am Daumen hängen bleibt, wäre der Schnellfang-Trick halt wirklich schnell. So ist er halt langsam. Wir bewerten das Flapterix. Das ist schlecht, hat auch nur zwei Sterne. Damit müsste Pionier eigentlich durch sein, genau. Und wir haben jetzt hier noch die Carlos-Feier. Verschicke fünf Pokémon. Pokémon, das können wir auch fix machen. Am besten nehmen wir, ja ich weiß es gar nicht, was man am besten verschickt. Wir nehmen hier mal zwischendurch irgendwelchen Müll. So, fünf verschicken. Extra für die Aufgabe, dass die auch dann fertig ist. Können hier auch abholen. Da weiß ich auch nicht, wie viele Kapitel es da gibt. Habe ich mir noch nicht angeguckt. Muss ich alles die Tage dann weitermachen. Fünf Power-Ups, Fang-Ein-Läufe, verwende fünf Bären beim Fangen von Poké. Pokémon, das sitzt zum Glück ein Läufe, jo. Fünf Bären, nehmen wir natürlich hier eine gelbe. Damit es schnell geht. Vielleicht können wir sogar das Kapitel hier noch fertig machen. Wir hauen das mal drauf. Ist es drin? Es ist drin. Dann fangen wir das einfach gleich noch mit, das Knuddel-Luft. Hier würde ich jetzt, damit es schneller geht, einfach mal eine goldene nehmen. Weil das ist ja ziemlich hartnäckig. Hat aber trotzdem jetzt hier einen grünen Kreis. Wir gehen auch wieder zurück. Gucken kurz rein. Es ist im Beutel. Wir nehmen das Stolunio noch mit. Fünf Bären verwenden. Eigentlich wäre es auch schlau gewesen. Wir hätten einfach einen normalen Ball und eine normale Bäre genommen. Denn wenn es ausbricht, können wir fünf Bären an demselben Pokémon nutzen. Jetzt fehlen uns hier noch zwei. Vor allem ist die Anzeige halt einfach weg. Da fehlen uns noch zwei, aber wir haben hier in der Feldforschung noch Sachen, die wir abholen können. Das machen wir alles hier weg. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. Nehmen wir hier eins. Ein Quapsel aus der Forschung noch mitgenommen. Welche Bäre ist eigentlich egal. Aus der Forschung bleibt es ja eigentlich auch immer drin. Deswegen gehen wir hier drauf und holen noch von oben eins ab. Da müsste noch Fleckmon drin sein. Genau. Ein Fleckmon also auch noch abgeholt. Auch wieder Schnellfangtrick zurück. Ist auch drin, weil es aus der Forschung ist. Jetzt habt ihr das also auch fertig. Fünf Power-Ups. Und zum Glück haben wir da gewartet. Denn wir haben ja hier bei der Level 41 Herausforderung auch die Quest, dass wir zehn Power-Ups auf ein legendäres machen sollen. Und dafür nehmen wir uns natürlich jetzt das Kyurem. Denn wenn wir schon ein Hunderter haben, pushen wir das auch ein bisschen. Aber halt nur zehnmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Power-Ups auf das Kyurem. Kommt jetzt über 3000 WP. Damit dürfte auch Carlos Teil 2 abgeschlossen sein. Ich weiß nicht, wie viele Teile es gibt. Das zeigt uns gleich. Zehn Pokémon. Ein Igamaro. Fünf gute Würfe. Okay, das machen wir wahrscheinlich dann in der nächsten Folge. Wir wollen euch nämlich nicht weiter auf die... Igamaro sitzt auch gerade nicht hier. Digga, das kommt ja schon automatisch. Ich dachte, da muss man noch was dafür machen. Und ganz chillig ist natürlich, dass die auf... Ach, dass die... Dass die Belohnungen jetzt direkt angezeigt werden und ihr die dann erstmal bestätigen müsst, dass das weggeht. Sonst war das ja am Rand und war direkt weg. Jetzt seht ihr 20 Hyperbälle, 20 Superdränge, 20 Toppelleber, 20 Himibären, eine Brutmaschine, ein Raidpass, ein... Das ist ein XL-Sonderbombom, oder? Glaube ich. Und Level 41 Brille. Vielleicht können wir uns die Brille ja mal aufsetzen. Wenn die nicht ganz so schlimm ist. Wir gucken aber jetzt mal hier rein, was wir jetzt hier brauchen. Ähm, EP haben wir auf jeden Fall voll. Entwickel Eboli zu jeder seiner einzigartigen Entwicklungen. 15 Items, Pokémon, 3 fabelhafte Würfe, 200 Bären beim Fangen von Pokémon. Werde ich heute im Laufe des Tages ein bisschen machen und werde mich dann zurückmelden, wenn wir Level 42 machen. Da braucht man natürlich noch ein paar Ebolis. Zum Glück sitzen genug rum, wenn wir dann auch Aquaner und Psianer und sonst was machen. Und, ja... Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Level 41 gemacht, ging trotzdem leichter als gedacht. Also, wer jeden Tag den täglichen Pass macht, der braucht natürlich länger. Der braucht 30 Tage mindestens. Wer reincasht, kann das alles am ersten Tag direkt machen. Das liegt an jedem von euch selber, wie ihr spielt. Hat nichts zu sagen. Einer, der jetzt schon 45 ist, muss nicht automatisch insgesamt besser sein, als jemand, der jetzt immer noch 40 ist, ja? Nur, weil der halt mehr Geld reinsteckt. Heißt das ja nicht, dass der besser ist. Also, das ist sowieso, keine Ahnung. Es ist immer irgendwo ein bisschen Pay-to-Win. Wir können uns jetzt aber mal die Brille angucken, wenn wir schon einmal da sind. Bei Individualisieren. Ich weiß nämlich, ich glaube, ich habe noch keinen mit dieser hässlichen Brille gesehen. Wir setzen die mal kurz auf. Okay, ja, die ist wirklich hässlich. Das heißt, wir lassen die natürlich dran. Das war es von meiner Seite aus, glaube ich. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr die Pionier-Herausforderung? Seid ihr durch? Habt ihr einen Garados-Hut aufgesetzt? Habt ihr die Level 41 Brille aufgesetzt? Setzt ihr sowieso alles auf, was neu ist, um zu zeigen, wie weit ihr seid? Oder setzt ihr das auf, was euch gefällt? Jetzt werden die Leute sagen, uns gefällt der Garados-Hut. Deswegen haben wir den aufgesetzt, aber egal. Ich werde hier noch ein bisschen weitermachen. Hier muss ich die anderen auch noch alle fangen. Das war Level 41 live mit euch zusammen. Seid ihr auch schon Level 41? Schreibt es mal rein oder denkt ihr, ihr schafft noch Level 40 bis zum Ende des Jahres. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Und bleibt zu Hause und bleibt gesund. Geht nur raus, wenn ihr Bier holen müsst. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.